Hallo! Liebe Zuschauer! Ihr wisst ja, wir haben schon mal Candycan, Sour Apple probiert und dieses Wonka-Dinge da. Und heute probieren wir Bubblegum. Du hast noch eine Wurbelgum? Ich hab einmal Bubblegum probiert, weil wir haben in der Schule so ein Automat. Und die verkauft halt so Sachen. So, Lemos, also Candycan, Bubblegum. Und eine Freundin von mir hat das halt gekauft und ich hab's halt probiert. Ja, und mir hat's richtig lecker geschmeckt, aber ich wollte es, dass der Papa auch mal probiert. Und ihr wisst, wie es schmeckt, sag ich mal. Ja. Und ja, wir probieren das jetzt. Dann lass ich mich überraschen. Ich weiß genau, dass die Sarah nur was das Beste immer kauft. Das ist Pink. Pink. Oh, das riecht so gut. Hat er Zucker? Zero Zucker. Zero Zucker. Und hier steht auch noch drauf, don't eat it. Drink it. Drink it. Okay. Das ist aber schlau. Jawoll. Das langt. Dankeschön. Das langt. Ich dachte, du liebst diese Getränke. hier soll ich die ganze Flasche leer trinken. Ja. Moment. Auf euch. Das duftet richtig. Das duftet richtig. Duftet sehr lecker. Das duftet richtig. nach Kaugummi. Duftet sehr lecker. Nach Kaugummi. Mhm. Und ähm. Geschmack ist sehr schwach. Also gegen Duft. Das Geschmack ist sehr schwach. Und. Weil das äh. Zero Zucker. Äh. Zero Zucker ist. Also kein Zucker. Zero Zucker ist. Zero Zucker. Ich merke. Eine ganz minimale, feine, süße Stoffgeschmack. Und das mag ich gar nicht. Weil in der Vergleich von. Wir haben. Mal eine so. Äh. Zuckerfreie. Soda. Oder irgendwas. Äh. Limo. Probiert. Ich hab's gar nicht gemerkt, dass ohne Zucker ist. Obwohl das ohne Zucker war. Also. Ohne. Ohne das. Süßstoff nach Geschmack. Da werde ich den. Noch. 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 Besser. Von 1 bis 10. Also. Weil das sehr schwaches Geschmack auch drin ist. Nur Duft. Ich gebe nur. 7. 8 von 10. Aber eine positive 7. Wirklich. Ich gebe 8,5 von 10. Okay. Ja. Ob ich das nochmal. Genau das gleiche Geschmack kaufen will du da nicht. Nein. Aber anderer Geschmack werde ich. Werde ich. Auf jeden Fall. Ich habe keine anderen Geschmack. Es gab mal eine Zeit lang Birthday Cake. Aber es gibt jetzt auch nicht mehr. Leider. Okay. So liebe Zuschauer. Vielen lieben Dank dass ihr das Video zugeschaut habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Bye. Bye.